Hallo, herzlich willkommen bei Marco. Wir haben heute was neues geholt, die GPL X4 3 in schwarz. Also, wir haben 15 Stunden Akku, Bluetooth V4.1, das heißt dann so oben, Wasserfest und dann keine GPL X4, dann nochmal die Box, da auch Partyboost ist dabei, also warum machen wir jetzt nur das Ding auf. Aber ich brauche es nur. So, das ist die offene, jetzt packen wir die mal aus. Fuck, ist da nicht runtergefahren. Fick. So, das kann ich rausnehmen. Dann ist hier die Box. Prima, erstmal das. Dann machen wir das raus. So, das ist die Box. Die kommt aber gleich dran. Jetzt haben wir die ganzen Teile, das da rauszuholen. Was ist das hier? Papiere. Dann haben wir Beipackzettel hier. Irgendwie immer. So, machen die mal weg. So, was wir jetzt hier haben. USB-C, Kabel, Adapter. Kann ich eigentlich in die Kiste machen, weil ich es so eins habe. Ich brauche mal, dass ich das rauszuholen habe. Deswegen, wenn ich das hier hin, haben wir dann noch was. Was ist das hier? Sehr gut, haben wir hier. Das ist sehr gut. Auch schön gemacht. Jetzt sieht man hier die würfelten Teile und hier sieht man nochmal das schöne Logoszeichen von GPL. Schön gemacht. Jetzt ist die Box da. Da ist sie. Das stört ein Stück. Wir haben hier USB-C, Klinkenanschluss und USB-Anschluss hinter der Klappe versteckt. Wir haben Play, Pause, laut und leise, Bluetooth aus, leise und die connect. Also PartyBoost ist dabei wieder. Richtig geil. Das kann man sogar auch mit der App Steuern. Die Steuern hier sind auch schön. So. Okay. Auf jeden Fall. Wir sehen uns. Ich mache jetzt kurz Pause. Machen wir mal einen Soundcheck. Und das schneide ich dann in dieses Video rein. Auf geht's. Wir sehen uns. Untertitelung des ZDF, 2020